Was hatten wir, was hatten wir noch gebannt eben? Ah ja, Hikarim, genau. Hikarim, Hikarim. Okay, ja. Ich spiel Hikarim. Oh, Hikarim, ja. Oder Rek'Sai. Oder Rek'Sai. Hast du die Jungle Route mit Hikarim eben einmal im Custom gemacht? Ja, aber ich hab halt keinen Anfangs-Push so, aber ja, das geht auf jeden Fall. Oder was ist, wenn du Fiora nimmst, so richtig drauf rennen? Nee, noch nicht. Welchen Support-Voy willst du dazu haben, oder? Ja, dann lass Hikarim picken lieber. Okay, dann pick Hikarim. Gut, jetzt ist unsere Comp halt leicht offensichtlich. Ja, aber wenn wir uns jetzt nicht einig sind. Wir haben halt diese Kameras halt weg, ne, zum Disengageen. Ja, da können sie picken. Die Charaktere natürlich. Klar, da wird hart abgeswappt und dann ist es halt einfach Kiki. Ja. Wird hart abgeswappt und dann ist einfach Kiki. Okay, also Mitte dann, was gedenkst du zu spielen? Mal schauen, Counterpick wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Also so viel ist halt echt nicht mehr offen, so, ne? Also da sind dann einfach 5-Chap jetzt raus. Hä, das ist so, als ob viele im Midlane sind, klar. Ja, das war eigentlich ja 6, ne? Mhm. Jetzt haben wir auch ein Wladimir richtig sick. Ja, Wladimir wird richtig... Tarek Wladimir ist halt die God Comp in der LCS grad schlecht drin. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich noch nie den neuen Wladimir gespielt hab. Aber... Wir haben jetzt halt... Dein Champion Pool ist einfach von 1803. Wirst du mich verarschen? Max, das sagt der Richtige, Alter. Hey, Kucha, ist ja aber wahr. Ja, ja, stimmt. Johnny hat so ein Season 1 Champion Pool. Season 2, bitte, ne? Season 3. Season 2. Power of Evil schreibt mich an. Good luck. Halt's Maul. Halt's Maul. Halt's Maul. Halt's Maul. Geld für die Cassio Performance. Ne, geh mal lieber für Relegation üben. Ja, wollen wir uns jetzt mal konzentrieren, oder? Äh... Cassio oder Wladimir, Alter? Wir haben ne richtig geile Comp, Alter. Holy shit. Kann auch Kennen gehen hier. Sogar. Ich logge Kassio. So, ich schreib ihm eher so umloggen. Johnny, gehst dann raus aus dem Account? Power of Evil Lockdown um. Ich schreib das mal. Geh mal... Relegation üben, mein Junge. Oh, Alter. Direkt gekickt von der Friendlist. Der Junge, jetzt bin ich wirklich traurig. Ey, guckt euch mal die QSS an, Alter. Ja, erstmal zweite Liga XD, okay. Hallo meine Damen und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Spandau Inferno, Lynch beim King of Spandau. Ich fang Top-Side an, oder? Blue-Side. Blue-Side, ne? Hängt davon ab, was sie wollen. Ne, Blue-Side, damit ich lebensmeiden kann. Da geht einer hin. Da musst du hin, Max. Ne, ich hab nur grad gesagt, ich... Okay. Ja, und wir sind... Ja, 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 ja. Ich geh Mitte, ich geh Mitte. Ich nehm Ricochet der Lines, machen wir Fast Level 2, ja. Alter, der ist ja mal einfach sick, wie der aussieht, der Skin. Wie geil sah das denn aus? Er spielt auch noch den Gay-Taric, Alter. Ah, sie in der Mitte. Was? Ah, sie in Midlane? Ich dachte... Trumdl? Er ist in der Mitte, du Spacko. Na ja, Donnie, blommst du ab. Was mach ich? Du hebst ab! Neck, ich zähl mich am Boden! Wenn die noch einen vierten Bann hätten, ne? Und Cassio bannen würden, dann... Dann wär schon die am Arsch! Dann wird's langsam eng! Dann wird's schon eng, ey! Dann kommt die Morgana. Aber Morgana ist echt strong. Hast du ja auch noch kein Problem. So ein richtiges Waschbecken hat er als Champion Pool. Bitte nicht. Könnt ihr mir denn ein bisschen helfen? Wie gesagt, der Spitzname meines Champion Pools ist Atlantik. Johnny hat so'n Spuckriss aus der Flasche als Champion Pool. Vor allem ist das geile... In Season 2 wurde ich auch schon immer... Jona, Just, fünf Champions, Schmidt. Alter, ich werd richtig anjuken. Ich werd'n bisschen Damage nehmen, ey. Das ist jetzt... Next Level, Alter. Dann benutzen wir keinen Mana hier. Ja, alle keinen Mana benutzen. Ich glaub, der Max fortsicht auch immer weniger als wir, aber... Ja, wir haben mir jetzt die Öl geholfen, dann passt. Seh schon das. Alter, du hast schon gesmighted, Max? Oh, fuck. Ich will dir ein bisschen mehr geben. Es war grad so... Okay, Jungs. Wir haben schon geholfen, das reicht. Ähm. Ja, bis wir jetzt erzählen, dass Heco mit dem ersten... Push... Ja, die werden halt reingedrückt. Äh, Topside auf jeden Fall. Ah, sie ist zu weit gepusht. Die Resetted. No good. No good. Ich find's immer übel oft voll wasted, dem AD Carry das Level 2 zu geben. Das ist irgendwie... Okay, nennen wir mal. Nicht, wenn ich behindert bin. Ah, er wollte wieder... Der hat schon healed, der hat schon healed. Nein, hat er nicht. Okay, what the fuck, ich hab Double Heal-Sound gehört. Der hat Exhausted, als du gehealed hast. Jo. Ich hab einfach diesen doppelten Heal-Sound gehört, what the fuck, Alter. Was heißt denn? Pass auf den Jungle auf. Das ist der Sola-Quatsch, dass er so über useless findet und stirbt. Was? Über useless dem AD Carry damit 2 zu geben. Ja, das war komplett useless für mich. Aber ich wär auch der einzige Storm-Tubions. Ich hab heute keine Summoners, würd ich sagen. Easy gank. Der Flash ist sowohl. Der kann immer noch in den schlimmsten Dingen was positiv ist. Ja. Dafür ist er bei meinem Aids-Test, ey. Ich jetzt leicht grenzwertig. Ey, ey, ey. Ey, der Typ mit Level 3, Gangs, der hat kein Red Buff gemacht. Ja. Ah, du bist so low, ey. Goddammit. Ja, weil die mir am Anfang kaum geholfen haben, Mann. Alter, als ob wir die kaum geholfen haben, what the fuck. Eigentlich ein relativ normaler Leash, so. Eben noch. Oh, du hattest schon gesmited. Ja, weil ich es dir immer extra Leashs gebe. Ja, das bin ich halt gewohnt. Es ist eine Frage der Umstellung. Ja, ich komm ins Botlane, ihr Mongos. Ich glaube, ich kann draufflashen dann. Also, Merklein geht auch was, ne? Ja, aber die haben ohne kleine Summoners. Ja, dass Johnny nicht seinen täglichen Leech bekommt, ey. So, ich komm ins Jungs. Abonnieren von mir. Gebt ihr meine Lane, bevor ihr rollt. Boah, erstmal die Wave noch. Erstmal die Wave noch. Das sind noch zu viele Minions. Boah, jetzt können wir ja gönnen. Ich glaube, die... Ich glaube, der Typ tippt nicht. Also, die haben TP Advantage. Nein, pass auf. Cool. Dann können wir hier unten nicht zu viel machen. Ja, wenn wir bursten, den Jungen. Doch, wenn wir eine andere Lane gäbe. Ja, du brauchst jetzt nicht unbedingt fortkommen. Ja, dann nicht. Und mich halt Mitte. Ja, jetzt hab ich gerade reingepusht. Oh, ich hab zwei Level eigentlich. Ich bin so boosted. Ich resette die Lane. Du kannst die Wölfe voll machen. Na gut. Ich geh einfach Base. Passiert nix. Hat den jetzt. Mhm. Ja, Krag ist zum Red Buff. Passt da Bottom auf, ne? Ja. Ne. Ich habe mich auch noch richtig genervt. Ich kann mal Toplane kommen, ich war schon überlang nicht mehr Toplane. ich möchte mich noch eine gute alte top-lane-Synergy ja da haben wir überall sonst verloren deswegen oh du kannst wahrscheinlich lane gehen, das wird dir gleich hier das wird gleich resetten, komm mal lieber lane der hat keinen Grump-Debuff, also der Grump ist wahrscheinlich ab von denen der hat keinen Flash auch, also sollte man eigentlich harm yo, scheiß Sniper, in welchem Busch, da ist wieder Bot ich werde ihn zuerst traden und dann wird er irgendwann wahrscheinlich ein Go machen, okay? du wartest erstmal ja das kann lane gank Bock, kannst du die Lane vor dem Töten ein bisschen tanken und dann push ich die aus so warte, kannst du jetzt schon mal gleich dein QE hier chargen ja, 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 ich hab's verpeilt, sorry das ist doch nicht dein Ernst oder deren Ernst ey vor allem da war's dann komplett useless noch, mein Gott, ich wollte nur so, oh Gott, vielleicht schaffen wir's jetzt noch, wenn ich jetzt noch zündet was mal, was war, war verpeilt fast wir haben einfach immer die Lone geben wollen, Mann ich hab jetzt einfach 6 mh, okay, ich komm, ich komm, ich komm okay dann geh ich zurück, ich brauch aber ich schaue, Alter oh, der hat nen Pink One, äh, ja, damit Ich hab die Lane Pressure ne, wenn du was sagst da oben, dann kann ich auch hinterher ziehen Ja ja, passt aber grad Ja, aber auch jetzt langsam die Lane Pressure nicht mehr, merk ich grad Dennis ist halt nicht so... Äh, Kragas hier, Makrabel grad Der Bot hat dann 30 wieder... Das ist Otto, der garantiert auszusehen beim Pink, oder? Ne, nice Soll ich wieder top kommen What a life Ja, der hat Bier fertig Geh mal, versuch mal zu warden Das ist die nächste Waffe auch noch pushen, ne? Bot ist Mist, die können überall sein Kann sein, dass die irgendwie nicht mehr auf den Fall wollen, aber ich glaub's nicht Ich glaub die sind Base Ach du, ach du Fühlt sich ziemlich komisch, aber wir brauchen Ich glaub der hat auch schon das Base gegangen Ja, ich... Geh mal hin, Jonny Oh, ich... Bin bitte grade eh über das Ball, sie war ich... Knapp auf die Lane Dass wir nicht tanken Jo, nice Hier ist Kragas Und dann macht's ja immer trotzdem Boah, dein Damage, alter Der kann sich sehen Jonny? Ja, ich... Wie soll ich denn... Hätte ich Mana für scheiß Q gehabt, wär ich sogar da geblieben Also... Ich hätte halt echt Null Mana Äh, Kragas ist hier unten... Kevin Ja, jo Dann geh zum Blue Dein Red ist auch gleich ab, du musst deine eigenen Camps machen Aber solange wir die Lanes safe spielen, ist eigentlich alles gut Jetzt verstehe ich halt auch, warum einfach jeder Spast in der LCS Laneswops Ist halt so, wir haben halt für's Team die ungefähr 18 mal nützlichere Comp, aber die haben halt die komplette Lame-Presure Danke dir Der Raum ist ein Mist grad... Ja, aber vielleicht ist er auch... Mensch... 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 Und... Und... Hattest du mir hier ein Vision geben? Ja... Mach ich direkt... Alter, wollt ihr mich komplett vorhauen? Diese Hit-Fox, Mann Denkt er ja kein Aufmucken, ja? Ahaha... Oh lord, er dodged das nicht... Wir können vielleicht rein, ne? Der Slow... Ja... Ich hab 5 Sekunden Flashstun... Ey, ich komm tau... Mach es, mach es, du kannst okay... 2... 1... Ich hab kein... Ich hab kein Mana... So richtig... Ah... Das kannte... Ich hab aber Red Buff... Und Ulti... Ja... Der hat kein Watt, der hat kein Watt... Ich hab alles raus... Der Base-Damage vom Braum ist einfach so fucking hoch... Ich gebott... Ich gebott... Ich gebott... Die haben keinen Exhaust... Aber sonst haben die wahrscheinlich alles raus... Keine Ulls mehr auch... Ich bin aufm Weg... Get to the way for now... Schmachachach... Der Damage reicht... Ich bin aufm Weg... Ich bin aufm Weg... Fight it, fight it, fight it... Oh, du hast schon gar nicht geghostet davor... Ich weiß... Habs wieder verkackt... Ja, der ist gleich E... Ja... Ah, schade... Wir können auf jeden Fall denke ich... Einen 4-Mann-Dive oder so probieren... Die haben keinen anderen Summoner-Spot mehr... Ja... Wir müssen... Ich glaub der hätte ich aber trotzdem... Also mein Ghost macht ja nur ein bisschen Schaden mehr... Für mich... Aber... Er hat schon... Unterschied gemacht... Aber... Ja... Ich hätt ihn auch hier... Grax kommt glaube ich Mitte... Von hier... Pass auf... Die pushen dann Base-Game... Wow... Oh, der chillt raus... Ich komm mal Bot-Lane dann... Ja... Auf jeden Fall... Mit Chen-Ult... Die sollten wir jetzt... Diven denke ich sogar... Ja... Ich hab halt meine Wild nicht ab... Keine Summoners... Und wir müssen das hart abusen... Ja da da... Also hier ist grad ein bisschen... Ich bin plötzlich Wild... Und dann... Nach sowas können wir dann auch den... Drake angucken... Der hat hier irgendwo gewandert wahrscheinlich... Top-Lane wird jetzt eh passen... Ich werd einfach Farmen... Aber das ist scheiß egal... Jetzt hab ich der oder nicht... Ich glaub diese Days... Ja... Ja... Tut mir leid... Dass mit den Ghosts... Sieht man... Dass ich den nicht... Oft spiele... Einfach jetzt bottom-Mid-Lane... Äh... Ja... Genau... Wird schon klar kommen... Wird schon klar kommen... Max ich nahm Q... Den E oder den W... Den E, ne? E... Die sind jetzt hier... Brauchen wir's hier... Der war Base, ne? Jo, der war Base... Läuft cool... Okay... Äh, die sind ja am Drake... Die sind ja am Drake... Ja, wir sind grad nicht da... Komm ich komm... Ich hab keine Wild... Wir sind aber on our way... Soll ich den... Vielleicht ein bisschen spät... Wir können da glaub ich... Kannst du glaub ich mal einen probieren? Oh, ich weiß nicht... Wird's das ziehen, probiert's das ziehen? Lass es probieren, lass es probieren... Ich hab keinen Smite-Up, leider... Ist egal... Achso... Wir sind jetzt da... Die können alle raus, ne? Lass Botline durchpushen... Die haben ziemlich viel damage geteilt... Wir können jetzt echt gucken... Ich hab euch jetzt Ult-Up, ne? Ich hab jetzt Ult-Up... Wir können die jetzt fighten... Wir können die jetzt fighten... Alles... Go, go... Ult, einfach Ult, Ult, Ult... Ja... Oh mein Gott... Weiter, weiter, weiter... Okay... Kevin... Da brauchst du mich... Achso... Da wieder Cap'n... Komm mal, Junge... Hier ist Gragas... Hier ist Gragas... Hier ist Gragas... Hier ist Gragas... Hier zieht... Äh... Ja, ich hab ja ein Problem... Scheiße... Luschen ist hin kommen... Nein, ich war nicht nah genug dran... Der war schneller als ich... Ich hab noch keine Schuhe... Ah, sie hat geultet, oder? Ne... Ich dachte ehrlich gesagt... Aber ich krieg ihn... Ah, sie hat geultet, oder? Nein... Doch, doch hat er! Oder? Ja... Ja, ich glaube... Als ich schon umgedreht war... Hat er noch... Ähm... Weil wir können den... Er hat noch ult, er hat noch ult, er hat noch... Er hat noch ult, er hat noch ult, er hat noch... Ich will ja nichts machen... Ich geh back nur... Johnny, was meinst du? Für die nächste Welt noch... Was? Wenn der gerade Spotland ist... Dass wir den Asi ja difen... Der Barrier... Aber ja... Ich glaube, wir haben die nächste Welt pushen können... Nächste Welt noch... Und dann back... Aber du... Ihr seid halt gerade durch den Godside Jungle gechased... Kann sein, dass der Vision ist, ne? Ah, der Lich... Nice... Nice, good job... Nice... Fett gespielt, ja... Holy shit... Wie fett so? Ungefähr grager so... Willst du Blubuff? Blubuff? Direkt Blubuff? Kann ich vorher was machen? Ich push die Wave, geh base... Und dann hol ich den... Können wir mal Ball probieren, wenn du willst... Aber dann... Wann hast du ne Ult? Wie viele Sekunden? 40... Geht klar... Nach dem Blubuff können wir was machen... Einfach zu viert, oder? Dann hab ich auch wieder Ult... Dann hab ich auch wieder Ult... Aber die haben wieder Summoners... Dann können wir auch den Drake machen... Weiß nicht, ob die da Summoners haben... Ja, wir haben schon Ulti, ne? Ja, dann können wir echt viel mal probieren... Bug ist Mitte, Level 8... Ich kann hier jetzt... Äh... Ich kann hier jetzt auch rein... Knallen einfach... Also ohne Ult... Einfach drauf rein... Also du hast keine Ulti... Ohne Ulti... Ne, ohne Ulti... Einfach nur damit die... Abhauen... Mach Grump... Dann... Und dann... Können wir wieder gucken was geht... Das ist halt Risky... Wenn wir nicht das mit Gragas... Das 3 gegen 4 wären wir ja... Aufs Maul kriegen... Ja, aber genau... Schön Ulti... Ja, aber das ist ja schon 3 gegen 4... Könntest dich vielleicht hierhin stellen... Max... Die werden gleich die P-Mod contesten... Denke ich... Wenn wir so reinpushen lassen... Hab ich... Danke... Ist auch nicht der Mensch... Kassiert gerade... Azir Mitte... Mist... Ich hab Exhaust ab... Willst du den Pickwood nach oben hin... Oder ist dir die Toplane egal... Kannst du... Das ist scheißegal... Das ist scheißegal... Hier, hier, hier... Er will clearen... Geh direkt drauf... Geh direkt auf... Azir ist Mist... Aber ich zieh runter... Azir ist bei mir... Ok... Weg, weg, weg... Ich hab noch keine Ulti... Ich komm über den River... Ich komm über den River... Ich bin vor Azir da... Dann können wir drauf drauf... Ich bin auf jeden Fall vor Azir da... Ich hab noch heal... Ich komm dir entgegen... Pass, pass, pass... Ohhhh... Fuck... Die Ult war schlecht, Alter... Ich hatte keine W mehr drauf... Nein, nein, nein... Gragas... Trunnel, 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 trunnel... Trunnel, trunnel drauf... Pass auf Azir auf... Azir ist da... Azir ist da... Azir ist da... Azir ist da... Geht einfach back... Wir haben zwei Kills... Nein, nein, nein... Wir können auch spielen... Meinst du? Guck mal, Kevin geht auch back... Ok... Ich bin ganz alleine... Obwohl du hast Ultimate... Ich kann das... Ich kann das... Ich kann das machen... Ach du hast noch Ultimate... Ok, wusste ich nicht... Aber trotzdem gut... Ne, gut... Boah, ich dachte... Ich verreck an der Trunnel-Ult, Alter... Alter, ich war so kurz vorm Verrecken... Ich hab die halt zu Johnny gebatet... Aber es war echt... Richtig knapp... Du bist jetzt alleine Johnny, ne? Ich bin base... Ja... Viel top... Wenn ich mehr rausholen kann... Ja, nice... Wir sind... Sehr gut dabei... Sehr gut... Ich weiß keine Summlers mehr... Aber die glauben auch... So gut die alles raus... Von einer hat keinen Flash... Auf keinen Fall... Ich kann jetzt Top-Lane gängen, wenn du willst... Ne, 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 ne... Er hat nicht mehr... Wir haben nicht den Schaden für den mehr... Ok, ja... Sag ich mir... Der Luci wird halt gar nichts in dem gehen... Machen... Er ist mega raus... Wie letzte Runde, ne? Sie wär war da auch... No... Gut am Ass... Das ist ja Bot-Lane-Fiesta... Wir können Herald machen... Ne, ich muss base... Ok, aber wenn er wieder da ist... Ja... Ich kann hier schon mal ein bisschen worten... Wenn ich den hier... Sondern hier ihn bitte... Ok... Wenn ich die Lane quasi gewinne... Können wir den da anstellen... Ich komm hier entgegen... Ah... Sieh kein Moven... Ich bin der Baster... Sieh Moved... Äh... Nur kurz bisschen Pauken... Oh... Ok... 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 Das war gut... Das war gut... Das war gut... Nice... Nice... Gragas rüber gegangen... Ich clear den Pink... Hast du gesehen ob Chana geultet hat? Ich hab nicht drauf geachtet... Äh... Ne, aber Gragas... Gragas hat geultet? Ja... Safe? Ja... Ja... Wisst ihr wo Gragas ist? Ähm... Warat hier... Topside... Dieses Schei... Achtung, Achtung... Wollen wir drauf? Wollen wir drauf? Ja... 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 Oh lol... Oh sorry... Ich bin zweimal gepäff vereint... Ja... Ich hab's gesehen... Geh raus... Geh raus... Was war das? Äh... Push ging das hier wohl wahrscheinlich... Wollen wir Harald malen? Ich komm hoch Kevin... Ja... Wir machen Harald... Wir machen Harald... Echt? Ja... 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 Klar... Ich will den unbedingt haben... Ok... Ja... Hier kommt Trundle... Könnt's mal drauf... Warte noch... Warte noch... Warte noch... Warte noch... Versteck dich mal hier... Versteck dich mal hier... Ja... Kann's sein... Dass die jetzt den Erdrake machen... Ja... Rome ist richtig in Mitte gegangen... Oder Erdrake... Das wär der... Deren zweiter Erdrake... Ja... Sollten wir nicht gehen... Ich hab... Ich hab... Kann's mal... Scheiße... Ja... Hier wurde grad geworden... Ja... Ich mach den weg... Wir haben jetzt immer noch keine Summoners-Bot... Wir können aber einfach mal wieder probieren... Vielleicht einen Lane-Gang oder so... Ich glaub nicht, dass sie in der Lane-Bots haben... Ok... Wir haben auch Shenhold-Wertel... Ah... Ich hab einen Lane-Bot hier... Der fuckt mich ab... Wenn irgendwer wegmacht... Ne... Kann nix mehr machen... Bot-Lane ist miss... Ich kann einen Lane-Gang machen... Bot-Lane... Die swappen... Ja, lass einfach hart pushen... Komm mit... Ok... Ich bin da... Ich bin auch da... Ich bin da... Ne... Ne... Ich bin da... Ich bin auch da... Also... Ich bin aufm Weg... Ich bin aufm Weg... Spielt das... Oh lol... Wie weit springt der denn... Alter... Der Braum könnte auch da sein... Der Braum könnte auch da sein... Wie den Tower... Ja... von den Tower... Nein... Braum stopp... Braum stopp... Asir kann bitte den Töt vielleicht nehmen... Das war nicht so die beste Rotation... Aber lass mal gucken... Ob wir für ein Tier 2 gehen... Dann kommt Asir auf jeden Fall... Ob die Idee kommt was Sinnvolles zu tun... Da war Gragas drin... Ja sie ist die ganze Zeit SS... Mitte rotieren... Mitte rotieren... Ja der ist hier... Mitte... 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 Guter Call... Guter Call... Guter Call... Guter Call... Ich glaub nicht das ihr den rollen könnt... Tobias... Ja auch nicht... Hier können wir nicht... Nicht gegen... Und keine Sams... Achso... Direkt hochlaufen... Ja ja... Ja... Ich bleib Mitte... Ich bleib Mitte... Ihr müsst aufm... Wards hinter euch stellen... Ja... Dann lass auch... Wie will... Ich kill nur die Wave... Aber jetzt wieder auf Lucien... Der hat keine Summeners... Okay... Ja ich hab alles ready dafür... Ja das hier ist ein bisschen... Bluboff kriegst du allein... Ja... Wenn die jetzt nicht... Oh wenn die jetzt nicht noch drin gewesen... Alter... Ich hab noch... Flashbacks vom... Flashbacks vom letzten Game... Mit der Irea... Ja... Das hat mich so getötet... Ach... Fiel gar nicht auf... Fand ich... Weniger als sonst... Also wirklich... Keine Hass gerade über den Champion gehört... Bei Braum ist das schon ganz anders... Okay ich hol Red Buff... Und dann geh ich auf den Lucien... Ich hab einfach gar... Alter was... Ja... Der hat sich perfekt hingestellt... Ich kann einfach nicht damit... Ich hab sonst niemanden... Das für mich gemacht... Ich muss nicht damit umgehen... Also Lucien hat jetzt aber bald... Bleibt Blackfeeper... Der hat bald Powerspike... Muss man gucken... Ich hab gerade halt... Zu viel Gold... Um... Zu fighten... Aber... Zu wenig... Um zu record... Bot lane kann ich übrigens nicht... Also... Bot lane kann ich übrigens nicht treffen... Ich kann bot lane nicht treffen... Also... Erinnern es mir schon zweitbot... Kann ich nicht... Ne... Da kann ich einfach kallen... Und ich bin da... Ja... Ich komm auf jeden Fall zu Lucien... Ich hab auch Gold Up... Ja... Vielleicht kann ich... Ballern wir den auseinander... Ja... Oh... Hier ist Braum alleine... Kann ich auch hinkommen? Ach... Fuck... Wenn ich nicht nur gesagt hab... Vielleicht... Ey... Hier ist der Braum immer noch... Okay... Ich... Spekulier halt darauf... Geh mal über den River... Ich spekulier darauf... Oder egal wo lang... Ich spekulier darauf... Dass hier irgendwo noch ist... Der Duschen... Pass auf... Ich muss mit zur Base... Kann niemand das in Zweifelsfighter... Ja... Machst du dich und da... Die Lucien ist miss... Wir sind da... Wir sind da... Ja... Truff... Truff... Nice... Ich komm... Ich komm... Okay... Puschen wir hier rein... Wenn wir nicht... Wanne könnte... Moven von Topside... Ja... Asi ist nach Top gegangen... Aber ist... Kein Sinn... Ich hab Ultimate... Wenn der Asi ist dead... Können wir vielleicht sogar... Aber... Die müssen... Die haben... Was? Die haben zwei Erdrechen... Und raus... Untenrum raus... Und zum Tierbot... Ah ne... Die werden... Fast Recoil... GG... Okay... Ich gebaced... Ja... Ist in Ordnung... Müssen wir halt jetzt ein bisschen... Ich brauch noch einen Camp... Dass die so viel rausholen können... Weil ich wahrscheinlich... Mit der zwei holen... Aber ganz vergessen... Äh... Die... G-Mitte... Achtung... Grager... Es kommt da... Ja... Die werden den Tier 1... Mitleinturid kriegen... Aber ist die Frage... Was noch... Max... Ja... 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 Die können jetzt treffen... Warte... Ach du... Hier ist... Ah... Mal schauen... Du gehst static... Hoffentlich... Ja... Ja... Ey... Soll ich Mitte kommen... Oder Toplane... Ja... 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 Der Luch ist ja grad... Ungefähr... Zehnmal... Wir können... Können wir den nicht... Ja... Ja gut, aber wir können den... Was ist der nächste Drache? Schnell rausholen... Ja... Luft ist egal... Aber die machen halt den... Äh... Die machen halt den... Äh... 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 Eldertrake machen die genauso schnell wie den... Ja... Müssen wir halt drauf achten... Wenn die halt 3... 4 Drakes haben... Drakes... Ja ich glaub wir sollten... Teamfighten... Ja gut... Das macht ja Spaß... Ich hab jetzt static... Ne hab ich noch nicht 50 Gold... Hast mir eingesteilt... Wollen wir irgendwie die bisschen aufbauen... Komm... Die haben Barrels... Die haben Barrels... Ja ja... Ja deswegen... Ich hab auch noch 50 Gold... Einfach ein paar defensive Bedinger... Dann nehm... Ja lass den mal... Hast du ein Ping? Ja... Also ich... Ja ruhig... Gib mir einen... Peace... Ich hab genug... Ich hab genug... Du brauchst jetzt 50 Gold... Wenn du noch 6 Lars sitzt... Ich hoffe das reicht... Ey... Ja warte ich muss noch... Air Drake ist ab... Soll ich mal Top kommen... Vielleicht können wir den abholen... Aber dann gehen die halt den Drake machen... Machen so oder so den Drake jetzt... Ja... Der Drake ist am Drain... Dann wäre das gut... Danach sollten wir... Aber wir sollten nicht noch mehr Drake's abgeben... Auf jeden Fall... Jetzt haben die halt grad eh... Power Spike bei... Lucien... Und bisschen so bei Herke... Äh... Bei Kragas... Aber ich glaube wir können an sich echt... Fights forcen... So wenn der Barrels ist... Stärker... Nimm jetzt richtig ab... Cool Spot... Ja... Das ist ein Pinkock? Ja... Ein Land ward hätte ich ganz gern wieder... Wenn der turret down ist... Dann kann ich... Hier trappen... Ich muss unbedingt... Wollen wir... Katze machen... Kannst machen... Probier... Äh... Ja... Wir sind da alle... Ja... 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 Hier sind vier... Er muss ja auch was... Blubuffs gleich ab... Aber ist halt... Ja die Mitte fällt dann... Glaub ich... Wir haben Baron... Jetzt direkt nicht mehr... Vier Sekunden noch oder so... Was geht Tom? Boah... Den muss jetzt halt einer gehen... Wir können vielleicht Toplanen dann machen oder? Toplanen ist relativ angeschlagen... Achtung... Achtung... Top... Wir können da glaube ich... Wenn wir die da fighten... Ich hab keine ult... Ich hab keine ult... Ja... Kevin ist zu laut... Ah... Es war übelst bad von uns... Müssen da schneller sein... Der nächste Schuss ist nicht abgelaufen... Sonst ist dann einfach rotiert... Wenn wir ein Auge drauf haben sollen... Blubuff? Ja... Woher ist der noch Sirtual wahrscheinlich? Hm... Ah... Nice... Gigi... Aber die haben Butter für gerade ungefähr... 29 Fahnen verloren oder so... Der hat er... Der Damage ist so nice... Äh... 250 Gold noch... Dann hab ich mal ne Trenner ausgebaut... Dann reicht mir Midwave... Und 2 für 2 nehm ich noch die Raptor an... Oh... Wir können den versuchen wenn du willst Max... Okay... Dann komm ich runter... Brauchst du die Raptor oder? Ja... Leider... Gold... Äh... Baum moved schon... Ne doch nicht... Ich bin auch unterwegs... Okay ich komm... Ich move nicht... Was, 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 was... Wir kommen nicht rein... Der hat mich... Genau abgeklemmt... Ah... Ich gewinne tatsächlich die Trades ey... Holy Shit... Ja ich geh mal weg... Okay... Ich hab die Träne... Fertig... Sexy 100 AP mehr... Meint ihr... Ich brauch gegen den Tunnel... Mortal Reminder... Nur für den Tunnel... Ne oder? Keine Ahnung... Der nächste Item wird Morelos... Aber... Ne... Hol mal erst bitte... Äh... Keine E... Naja die haben halt... Die haben halt schon... 150 Amor Plus... Ich hol jetzt E... Ich hab nur Lastisbar... So ein bisschen dazwischen geschwommen... Naja... Wegen Double Tank... Ist wahrscheinlich Wolf... Ja... Ich glaube wir sollen ja trotzdem... Ein bisschen proaktiver... Versionen zu spielen... Ja... Wobei ich halt nicht glaube... Der Lucian wird halt... Echt nicht so stark... Das ist der King Asir... Für den ist halt... Oh die Engage... Die können wir nichts... Der Asir ist halt... So ein bisschen... Wollen wir hier jetzt mal drauf? Aber den Asir... Ich kann die flanken... Wir können's echt probieren... W geben... Max... Wir können's echt probieren... Ja jetzt ziehen die sich grad zurück... Ich rotier Bot... Ich rotier Bot... Wenn wir halt mit Taric... Ich gebott... Ich gebott... Ich gebott... Einfach chillen jetzt... Warum... Warum gehst du jetzt Bot? Weil er da ne Chance war... Ja aber... Ich dachte wir wollten die jetzt hier fighten... Jetzt müssen wir mitgekommen... Müssen wir mitgekommen... Ich bin halt überzeugt... Ich kann klären... Ich kann klären... Ich kann klären... Ich glaub das geht... Maxi haben dich hier gesehen... Ja... Ich glaub wir gewinnen... Falls im ehrlich zu sein... Wir müssen halt echt einfach nur... Das CV-Ult... Hacker-Ult... Auf Asir... Und dann... Ja... Oder Lucian... Am besten natürlich... So ich kann ja jetzt flanken... Mal probieren... Ja... Mal probieren... Ich bin ganz cool... American-Count... Ich glaube ich nicht... Gliowchen... Ist gestornt... Ist gestornt... Maxi hat Küll ... Jam.. Ratpanik... No... Fucking A... Ich hab die Nagel�... Ich hab die Nachbacken... Nice... Hier, Troll, Troll, Troll... Ich hab die alle gleich... Bye... Wir haben leider kein Follow-out... Was ist Baron hier? Können wir Barontech? 10 Sekunden? Ja, ja, auf jeden Fall. Das können wir halt echt die ganze Zeit einfach durchziehen mit der Kommt so. Ja. Es war nicht mal ideal gerade, also... Ja, ich hab auch nichts gemacht im Fall so. Ich bin halt gesund von Marcel. Ja. Oh, ich war am still so. Aber bei Bevan ist halt... Ich würd eher trappen, wenn er, oder? Werd ich hier rein? Hier rein stehlen? Okay, ja, ich würd den auch nicht machen. Die haben hier ein Wort, ne, Guys? Die wollen die Krabbe, die wollen sich die Krabbe. Okay. Passt auf, passt auf, ich geh kurz top. Werd ich rein? Oh, ne, einfach nicht. 15 Uld, 15 Uld, 10 Uld. Ich hab ein 50 Uld. Ja, lass die Sideways jetzt mal probieren, ich sag mal. Wie, da bis zum Dicken lass bist du bei Sola? Hm, ich lass den erstmal so stehen, ich geh jetzt infinitiv. Okay. Oh, find ich auch besser. Wir sind uns ja alle eigentlich. Schön. Dann komm ich J. Okay. Hätt ich... Ja. Wir sollen aber aufpassen, ne? Wir sind gerade zu dritt weggegangen und der Jungle war Botlane, ne? Ja. Hätten die das gesehen, hätten die Instant Reven waschen können. Boah, ich muss mir mal hier einen Schluck Koffein gönnen. Die haben sich hier gerade alle backgeportet. Wir können jetzt halt ein bisschen so mit spielen, ob wir Drake oder Nishma oder so. Ja. Würde einfach reagieren, da wo die hingehen und da engage'n dann. Ja. Ja, einfach wieder hart engage'n. Einfach wieder hart engage'n. Guck mal, da ist Lucien. Ich hab erst den 40, äh, Ultimate. Ah, ich hab die B up. Jo, Günde. Jetzt geht's mir besser. Alter, Johnny ey. Missed. 30 Ultimate. Der kommt Trundle. Wollen wir den abfangen? Trundle gehen, Trundle gehen, gehen gehen. Go, go, go. Wir haben den Speed Up, ne? Denk dran. Aber ich... So, das wird jetzt sowas blitzen von euch. Passt aus. Okay, zurück, zurück, zurück. Ich bin halt ein bisschen langsam als so. So, Max wird dreideln. Hat der dich geholtet? Ja. Okay. Ihr könnt nicht... Oh, wir müssen das hier. Solar bleibt bei mir. Ja, ja. Wollen wir, wollen wir, wollen wir? Okay, rein, rein, rein. Ach, scheiße. Mein engage'n war kacke. Egal, weiter, 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 weiter. Ich bin halt weggesonnt, ich kann nicht mehr raten. Okay. Nicht, 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 nicht da lang. Geht raus, geht raus. Ich hab noch holt. Trundle, 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 Trundle. Oh, passt auf. Trotzdem vielleicht, trotzdem. Da oben, da oben, den Gragas. Trundle, 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 der hat keine Null, der hat keine Null. Ne, wir sind... Ja, das raus. Hallo, please, don't let me alone. Ja, Sola hat gerade gesagt. Hier. Lucien, 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 Lucien. Ja, hab ich. Oh. Jetzt hier, der Gragas. Der fand Sola, der fand Sola. Gragas, Gragas. Gragas. Gragas, please. Gragas. Trundle, Trundle, Trundle. Keine Ahnung, es ist halt immer... Das war das kompletteste Durcheinander. So, es haben halt drei Leute Calls gemacht. Wir brauchen den Fights, ein, der Calls macht. Oder? Wir werden der Staffel kriegen, wir haben aber unten eine große Wave. Also... Meine Meinung. Ich mein, ich weiß nicht, wir hatten halt Hack-Wirm-Ult raus, wir hatten Terry-Ult raus. Wir hatten ein Hack-Wirm-Ult raus, wir hatten Terry-Ult raus und der Trundle hat gerade frisch im Fight wieder Ult gemacht. Und ich glaub nicht, dass... Ja, und da brauchen wir halt die einen, der, der... Das Ding ist, wenn einer Calls, dass wir hier den Kragas chasen und ich bin hier, dann komm ich... Ja, aber dann war halt unten der Call von Sola-Trundle und da war auch Kevin. Also man... Ich bin halt einfach nur hier und hergerissen, drei Leute callen. Ist geil, dann... Lieber das einer Callen, auch wenn's ein Scheiß-Call ist, wenn wir das alle machen. Max, du musst dich halt sowieso auf Lucien und Asiel konzentrieren. Ja, ja. Ja, das war doch alles nachdem Lucien raus war. Jojo. Ich hab in 800 Gold Infinity. Und Swap auf Amon, ne? Du brauchst keine MR, so, so viel. Ja, Drake, 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 Drake. Du hast so viel MR wieder. Drake, Drake. Ja, Asiel, Gragas. Drake, Drake, Drake. Lucien. Wird viel mehr machen. Ja. Ja, ja. Also Asiel macht schon Damage, man. Erfahrungsgemäß. Sehr nice. Aber gut, ja. Ich bin nicht bei euch grad, ne? Ich komm zu dir. Also soll ich's nochmal verkaufen? Nee, oder? Nein, nein, nein. Never sell, never sell. Hier, hier, hier. Ist alleine. Ich kann da hinkommen jetzt. Du brauchst halt auch eher, auf jeden Fall, ich würd halt eher Ninjad hab ich's halt schon gehen, aber... Du kommst mit mir, hier. Ist jetzt zu late. Wollen wir da... Wollen wir rein? Wir können nicht rein, wir können nicht rein. Wir können nicht rein, wir können nicht rein. Geht zwei abgehen, gehen nicht, ist okay. Botlane ist auch noch Dickey Wave, die werden Botlane rotieren, 100 pro. Ich hab ein 300 AI. Vielleicht kann ich die Botlane sneaky pushen, bevor sie da sind. Jo. Ist doch Pille ausgepuscht. Oh, ich komm. Ich muss Mütte, 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 Mütte Kriegt null Schaden. Okay. Wo war der? Wir haben zwei Botlane, ist jetzt auch nichts. Ich hab jetzt AI. Bei mir kriegt der Schaden, aber... Ja, bei mir nicht. T2 müssen wir droppen lassen. Mitte, 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 Mitte. Was, 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 ich muss grad... Ja, von ASI. Ja, die haben Schiss. Nee, die haben grad Schiss, die drehen Runden. 35 Ult. Okay. Hier geht zurück. Ich muss auf Base. Okay, AI ist nur ein Töd verloren oder zwei Ganglash. Zwei. Müsste nur gucken, Mütte hat echt wenig Leben. Ah, durcheinander. Also wer macht Calls in Fights, das wär mir wichtig. Kann nicht nur einer machen. Das geht nicht. Wenn Kevin CC trifft, macht er's. Ansonsten call ich alles, was vor mir steht und fokuswürdig ist. Wie gesagt, wenn wir engagen, dann musst du eh nur auf den ADs drauf sein. Dann ist es eh egal, was die anderen callen. Weil du machst eh keinen Channel in den Tanks. Okay, weil... Oh, ich komm mit, ich komm mit, ich komm mit. Ich komm mit. Ja. Ja, 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 ja. Ich schau an die anderen. Okay, okay. Pass, 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 pass. Die haben noch so ungefähr 1 Minute Baron. Können wir hier mal in eine Trap stellen gehen? Gucken, ob's geht. Okay. Hier. Und Vision. Ja, wir sollen zurück. Die pushen jetzt Mitte durch. Ja. Ich weiß auch nicht, genau. Du musst da auch weg. Ja, ich kann nicht, genau. Hey, die pushen Mitte durch. Ich kann nicht die scaren. Vielleicht können wir auch engagen, wenn die zurück sind. Ja, wir müssen jetzt oder? Ja, wir können es probieren. Ja, der Lucian. Ich habe ihn ziemlich gut getroffen. Da ist es jetzt zählt. Warte, bis dann. Ja, jetzt hier. Gragas. Ja, ich bin, äh, die machen mich, äh. Ich bin noch Gragas hier. Wir können noch, wir können noch, oder? Ja, ich bin noch voll. Ja, ich nehme Tränkel. Ja, ich bin noch voll. Ja, ich bin noch voll. Ja, ich bin noch voll. Das ist laut. Ja, pass, 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 pass. Ich gehe Topline holen. Ich habe immer noch Holt. Kläger gebot. Baron und Eltern sind ungefähr Zeitlich ab, naja. Ja. Und wir schießen sie davor. Schönen sie davor in Gang? Am besten davor in Gang, Olga? Ja, jetzt auch kein Baron mehr. Ach, sorry. Okay, hast du Ult oder TP Kevin? Ich hab beides ja. Ich hab jetzt Laut Dominik's ready. Botlane pushed. Dann wollte ich noch mal an Drake. Du hängst der? Okay, der Luci hat Black Cleaver, stimmt. Ja, aber wenn der nur Black Cleaver hat, dann macht der... Was kauf ich am besten für ein Armor-Item? Ich hätte jetzt erstmal ein Deadman's Plate gedacht. Das ging auch sehr gut. Ich seh zu, dass wir die Krabbe hier kriegen. Drei Mitte, vier Mitte. Kommen wir jetzt Richtung Drake. Achtung. Hier ist er klarer Gas. Ich will aufhin von meinem Blue-Buff. Der Luci hat keine Summoners. Ich hab halt in 18 Sekunden Ult, darauf sollten wir warten. Ja, auf jeden Fall auf Ult. Ah, die ist. Ah, sie ist beim Drake Pit. Schon mit dem Blue. 20 Sekunden hat sie. Ja, passt besser. Ich bin sorry. Ah, ich wollte aufhin mal safe gehen. Hat echt Schiss grad passiert irgendwas. Hey, hey, hey. Ich hab auch alles, aber ich hab keinen Flash Stunnen. Ich hab Exhaust. Ja, wir sollten jetzt in Fight Forcen, denk ich. Ja. Die sind zwar auch nicht weak, aber wir sind jetzt... Das ist ein sehr ausgeglichen... Lass uns auf den Baron konzentrieren. Wir haben da genug Wards beim Drake. Geht hier vielleicht irgendwie? 30 Ult. Ja. Ja. Na, wir sollten auf sieben Ult warten, wirklich. Ja, ja. Ohne ist so geil. 20. Oh, wenn sie jetzt kommen... Oh, ich könnte so gut. Pass auf, hier könnte Gragas... Ah, ne der ist da noch rein. Push-Stop weiter, ich pressure. Jupp. Du warst Ult up, ne? Ja. Ja, ja. 10 Ult, 10 Ult. Ich seh's ja. Die wollen Engage, die wollen Engage und passt auf. Ja, dann flänke ich denen die Scheiß aus. 5 Ult, 5 Ult. Jetzt übel gut rein. Hier. Soll ich? Wollen wir, wollen wir, wollen wir, wollen wir? Wir können's probieren, wir können's probieren, ja. Ja, 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 ja. Hier, ich hab den Lucien. Er ist drin. Ich hab ihn getautet. Sind alle gestunt hier. Lucien, Sola. Okay. Exhaustet asiert. Ich krieg den, ich krieg den Lucien. Haben wir, haben wir, oder? Oh fuck, ich sterbe. Lucien und... Hier sind beide Ultralow. Ich komm... Oh mein Gott. Fuck dich drauf, Mann. Bitte löschen. Untenrum raus, oben ist der Turut. Oh mein Gott. Oh, die waren... Scheiß. Oh mein Gott. Wir lassen nie wieder Brauben offen, Alter. Dieser Champion triggert mich. Krass. Ich triggert vieles. Gott, Alter. Fucking... Ja, das ist einfach, der drückt einen Knopf, und ich mach keinen Schaden mehr. So, Punkt aufs Ende. Weil es jeder andere Swordage-Daten-Fordler gab. Jetzt können die finishen. Hey, hallo. Hey, hallo. Die finishen hier gar nichts. Das einzige, was gerade nur unlucky war, war die Azir-Wall. Weil wir an Lucien nicht rankamen. Der war eigentlich... Ja, und du hast den Lucien gechased, während ihr den Culling reingedonnert habt. Das war gut, das war richtig, nice. Naja, die gehen Nash, ja, die gehen Nash. Ich würde irgendwas machen, ich weiß nicht. Ich lebe, wenn ich ult hab, wenn ich lebe, hab ich ult. Warum war das jetzt einerseits gut und andererseits scheiß? War nicht scheiße, es war gut. Ah, ne, kommt dann nicht richtig mit dem anderen. Ey, rennt, rennt, nicht sterben, Alter. Jetzt noch. Oh, der Catch Kappa. Müssen jetzt auf Elder aufpassen, ne? Wir dürfen, glaub ich, nicht beides abgeben. Die gehen jetzt back, wollen wir dem... Ja, ne, die haben Barren im Backboard. Wir haben keinen Damage dafür. Müssen jetzt einfach einen Fight vorm Elder zurückforsten oder so. Ja, ich wand da die Scheiße raus. Ja, keine Sache mehr, der Channel ist halt mega annoying. Der rennt einfach mich zu und... Soll ich denn lieber auf den Arsie gehen oder so? Ich hab 20 hier. Du musst jetzt erstmal aufpassen, dass es nicht... Ist egal, Lucien oder Azir, ist egal. Ja, weil... Ja. Beide ist okay. Der Lucien überlebt es auch. Du kannst auch auf Asir gehen. Wollt ihr um den Elder fighten? Ja, ja, auf einen Fall. Dann hast du Game Over. Auch dann wäre noch nicht Game Over. Ja, gut, aber... So, die sind schon dran, ne? Wollen wir rein? Bin da. In drei Sekunden Ultimators. Ja, egal, wir müssen ja dran. Geh rein, geh rein, geh rein. Lucien ist hinten im Pit. Wollen wir den weiter noch? Übernehmen, übernehmen, übernehmen. Finishing, finishing, finishing. Ich hab'n Krags zerzieht. Macht das Ding zu Ende. Ich hab' ihn! Nicht läuft, was? Why? Chill, 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 weiter. Okay, her. Trundle, trundle, trundle. Soll'n dich peelen. Trundle, trundle, trundle. Der, der schreddert mich komplett durch jetzt mittlerweile. Der Damage. Mit dem Burn, mit dem Wachen. Ja, ist halt der Drake. Ah, fuck. Mit dem Drake hat man den gewonnen, jetzt halt. GG. Oh, ich hab' genau bei 900 gesmited. GG. Okay. Ich war's mir so sicher, dass ich den habe. So ein bisschen damit zu hören. Scheiße. So, jetzt mal braunschild und ich bin's. Ja, mein's meint, ist nicht mehr aufgebraucht. Hä? Kein Farben mehr nehmen, Solar. Lazy. Ich hab' keine Ahnung. Dann, keine Ahnung, dann. Ich spiel' nicht gegen Braum. Das war eine weitere Folge. Spannend inferno. Das Salzberg-Wert wird nun geschlossen und nächste Folge Win-Basch ist. Untertitelung des ZDF, 2020